Das ist eine Tor geschenkt, Dings. Ja, ne? Oder Action Girl. Ja, falls oder... Also ja, okay. Erstes Freude spielt so. In 23. FIFA 23. Ich verstehe aber auch, warum Lukas sich das so lang gelassen hat. Weil Tobi ist der größte Lacker in FIFA, den ich kenne. Nee, das hatten wir schon, Tobi. Das ist so. Gegen Tobi zu spielen, das ist... Wie ein ganz Bug-Game in der Welt. Gegen Tobi zu spielen ist so... Am Anfang von FIFA verliere ich immer gegen Tobi, weil er das viel bessere Team hat. Jedes FIFA. Und dann, wenn das Team sich auspresst, gewinne ich immer. Ja, und Tobi... Tobi hat doch immer das bessere Team, aber er hört dann trotzdem irgendwann auf. Und sagt, ja, kein Mann mehr. Tobi zieht irgendwie... Ich weiß nicht, an dem FIFA habe ich keine Chance, ich glaube, weil er hat immer viel besseres Team als ich. Weil er immer irgendwas zieht. Ich komme es weg. Finde ich nicht gut, Tobi. Du wies, Digga. Was ist das denn los, Digga? Was ist denn los, Digga? Tobi, ich kann das, ne? Oh, ich hab's YouTube wieder zugesehen. Ja! Ja! Ich kann das, ne? Ich kann das, ne? Ich kann das, ne? Ich kann das auch gut. Scheiße. Ja, Keut ist halt auch ein Brecher, ne? Boah, ist Keut gut, Digga. Ich hab halt echt... auch echt noch nie in schwarzen Teams gespielt. Ja, jetzt hast du die Trikots schieben, ne? Äh, ja. Ja, mein IV hat grad ein Tor gemacht. Ich sag's, wie es ist, wenn ich hier am Ende gleich fertig bin mit Silberdingern, dann haben meine IVs mehr Scorer als meine Offensivspieler. Nee, der Typ mit der Ecke schießt da die Scorer. Was ist der Witz? Nee, nee. Ja, doch. Ja, was ist Bailey, 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 der... Nee, weil da wechsle ich ab. Nee, das ist ein Panzer, Digga. Digga, es faggt mich auch ein bisschen ab, wenn ich meine Ecke von rechts ko... äh, meine Ecke rechts ist. Wenn ich die Ecke rechts machen muss, dann steht der falsche Mann da. Ich muss erstmal Mann wechseln. PENDER! Digga, hä? Hä? Ich will auch gerne hin, Digga. The Gaylords. Ach, der hat dann immer IV vorne drin. Ein Sieg noch, Digga. Oh, Pender! Mann, ist gar nicht ein Pender. Ist ein Belgischerer D. Was? Ich spiel'n die Gegner, ich geh'n gleich mit 0-0 raus, ihr Fotzen. Belgischerer D ist jetzt 7-7 aus Space 6, oder ist gut? Digga, hast du alles zu werden, Actionboy. Digga, Alaba, die Wechsel. Boah, die sind so verölt, das ist doch noch nicht. Nee, nee, glaubst du, weißt du, was verölt ist? Ja, du weißt nicht, was verölt ist. Achso, ich mach's. Die haben sogar volle Chemie, Digga. Ja, es ist Null-Korea. Hey, die haben dann vier Silberstars. Und vier Chemie, Digga, das hast du noch nicht gesehen. Äh, er lässt einfach durch. Ich glaub' mir, die nehmen uns ja auch ein bisschen alle zu ernst. Hä? 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 Ich hab' den Silberkamm ab schon zu tun, so ist alles gut. Ich glaub ich komm' schießen den Elfmeter. Ja, ist gut. Ich konnte nicht sch- hey, ich hab sogar Zwischendruck gemacht. Der hat nicht gesprungen. Der hat nicht gesprungen. Fass du mal nicht? Mich wird eine Friendly-Fire-Umkehr aktiviert. Was sagt ihr irgendwas wegen dem Placitor? Yo! Hat der aber auch nicht gesprungen. Hat der aber auch nicht gesprungen. Hat der mit links geschossen, Digga. Hat der mit links geschossen, Digga. Hat der mit links geschossen. Im Grunden. Ja, schaute. Ja, was? Du darfst den Torwart nicht move'n bei Eggball, Tobi. Ach, wie gay, Digga. Reingedreht, oder? Nein. Aber wenn man Torwart moved, Digga, dann steht der scheiße, wenn du zurück move'st. So, weil Eggball-Kopfball-Tore schon passiert, oder? Ja. Das ist so, wenn du gegen mich im Lama-Gang spielst. Der Lukas hab ich Angst. Neh, mal P, Digga. Das Spiel verliere ich wegen Eggball. Krass. Boah. Doch, darüber ist echt gut, ne? Hast du auch den Infamian, ne? Krass. Ja, ja. Du hast'n Rot, ne? Ne, nicht'n Rot. Nicht'n Rot. Oh, Allah, mal der Kaffee! Nimm die Amos aus der Hand! Musst du mich sicher machen, dass ich hier keinen reinbrenne, wenn ich hier rein springe. Checken. Was ist das? Oh, schwach'n Togel, schieß' dagegen. Digga. Hehe. Ach. Digga, schass' Kapital, der ist am Hallway. Runter, maybe, auch oder hoch. Ja. Ey, Marquiso ist doch nerviert! Er macht nichts! Ey. Digga, mein Theo muss für zwei Mann spielen. Ich weiß nicht. Oh. Oh. Warum steht Marquiso immer noch drin? Der liegt's doch schön. Digga, der liegt. Ja, nee, du musst noch mal Prioritäten setzen. Zu wem liegt der? Weißt du, Marquiso raus, und dafür können deine Spieler passen. Ja, ein Katalyst. Ja, nee. Haha. Haha. Yo. Hoch, hoch. Ach, Digga, der dreht. Oh, cool! Oh, Glitter-Animation! Oh! Wie geil hier! Was mir dann aufgefallen ist, ich hab' schon drei Gegner getroffen, die den Silberstar von heute schon haben. Warum spielen die den Modus so? Das macht keinen Sinn, dass die Modus spielen. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Du kannst nur was erspielen, den Modus. Digga ist die aber geil gewesen, Manni. Du hast dich verlassen, aber vergessen. Digga. Ich hab' mich doch nicht vergessen. Hä? Einer von uns gekickt worden. Du warst doch Leader, oder? War ich Leader, oder? Ich war Leader. Du warst Leader. Digga, das ist ein Scheißpass. Oh! Was ist ein Scheißta- Digga, wie ölen die denn? Warum spielen die Koop? In Freundschaftsspielen? Doch, für nicht Exemplary. Digga. Mann, eingewechselst der Elf Koop, Digga. Eingewechselst, ich eingewechselst. Hä? Was macht Patrick? Woll er nicht rangeht, du? Er wollte nicht, Tobi. Woll er nicht rangeht, du? Wollte nicht rangeht, Digga. Ich hab' Angst vor dem Afro, Digga. Ich hab' mir auf LLM's nicht so falsch aus. Amminst in der Formation, das ist ja ganz falsch. Hä? Ich hab' kein anderen LLM. Sieht voll falsch aus. Ich glaub' er meint gar nicht nicht, Tobi. Ich hab' den aber auch auf LLM. Aha. Oh nein. Warum, die Leute, das sieht so falsch aus. Ja, aber die haben's nicht erkannt. Das ist alles so, ey. Ja, hey, hey, hey. Du glaubst, kannst du das? Mach' wir mal tun. Hä? Wieso denn? Ist okay. Achso. Hä? Hä? Digga, was passiert hier schon? Digga, was passiert hier schon? Hä? 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 Nein. Der ging drüber. Oh, wär' der schön gewesen. Wär' ein bisschen flacher wissen. Wär' ein bisschen flacher wissen. Wär' ein bisschen flacher wissen. Ja, Payet ist OP in Freistoß, Tobi. Das musst du auch wissen. Hm, hm. Nicht Puskas? Nein, Payet schießt meine Freistoßung. Puska kann nicht. Also Payet schießt die weiten Freistoß, sagen wir mal so. Payet ist auch raus, jetzt ist Zeit. Oh, soll ich mein Team schicken mit der neuen Mobils vorne drin? Nein, du musst es schon so schicken, wie du es auch normal spielst. Hab' ich. Ohne Leihspieler. Oh, Tobi ist ab jubel. Ohne Leihspieler. Ja, aber wir machen ohne ja neun Leihspieler. Okay. Ich schick's so, wie's gerade aussieht. Nein, du machst den der neun raus. Du? Ja, er hat sich nicht rausgemacht. Ja, 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 hat sich nicht rausgemacht. Oh man, die Maps. Digga, die Maps. Emerald Plains, der im braven Konsulat. Alter, der hätt' ich gerne neun. Nein. Was soll ich gelesen? Ey, ich hab' keine Mini-Map. Boah, Mann, ich weiß nicht. Ich kann das nicht, Digga. Oh mein Gott. Was war das denn? Digga, Patrick hat ihn voll gefällt. Aber es war okay. Hat sich garf. Hä? Ey, gut. Fuse. Ich muss kurz Pause drücken, ich brauch ne Mini-Map, Digga. Digga, hab kurz gewandt. Ey, ich hab jetzt auch X-One. Das haben sie irgendwo in der Port-League gesehen, keine Ahnung. Der Pushtgast ist verletzt, Sugi. Einfach keinen, Digga. Warum keinen? Ich will X-One-Können. Immer noch keine Mini-Map. Digga. Ich muss ein Tor, Lukas beim Tor kommt. Weißt du, warum er Patrick in Bums hat, Digga, komplett? Okay, der hat Style, der Wand. Hä? Wie sieht das so cool aus, die Ecke da steht? Also truly bad. Oh, alle Weihra hat sich gezerrt beim Schluss, glaub ich. Fällt jemand an? Bist du verletzt? Warte. Ich war da oben links. Ich brauch einen Dreifach-Scope. Ich brauch auch einen Dreifach-Scope. Was glaubst du, warum ich rück bin? Was? Oh mein Gott. Digga. Warum darf Patrick alles? Hä? Ich weiß, dass er Angst vor ihm hat. Ja, ich merk's. Der hat Angst, wenn er gleich beim Duschen, Digga. Nicht, dass er so ein Patrick kommt, weißt du. Okay, alle Weihra nicht. Ich hab auch. Digga, ich auch. Der Rook. Der Rook. Wie cool ist das Bild von ihm. Digga, du bist der Rook. Boah. Wo hast du denn krass gemerkt? Ich dachte, du sagst jetzt, oh ja, der Rook ist echt voll cool. Ey, Digga. Nein. Ich kann's hier nur Drecks-Tore. Was ist das? Scheiße. Nicht die Wand verstecken. Ich will nur einen Sieg und zwei Tore. Bitte. Nein, jetzt schon jetzt noch den Pass. Hallo, ich hab doch ne Pum. Was hab ich mit dem Geld zerstört? Was war hier? Warum bist du mega inklaut? Du denkst, Digga. Was war denn der Mist? Digga. Du gibst doch Goyo. Ich brauch nen Dreifachscope. Du verstehst es nicht. Ich fliege. Oh mein Gott, du brauchst nen Dreifachscope. Scheiße hast du ihn gewohnt hab. Ich hab zwei Versuche gebraucht, das fangt ein bisschen ab. Also ich bin in dem First Order Modus, mein Gegner hat einen Sidan Baby und ein Pilet mit. Ey, warum passt der nicht direkt? Ich hab doch eine Pump, sag doch was. Er hat ledes Weißen vor allem, vielleicht hat er um je nach mir gekauft. Ah, ey. Was haben wir in der Amtation hier wenigstens gemacht? E-sport, Marcel, 16. Ich bin schon wieder. 4, 4, 4. Digga, das Ding ist, ich mach halt Eckbälle mit der Taktik, Tobi drückt halt 4 Eck. Ey, Digga, mach den einfach unten, den einfach unten hat der beim Technischen Zug, guckt outside unten, unten. Oh, das will ich sehen. Ich guck nur beim Kapkan, wie er sieht, wie du dir die Sache aus deiner Rüstung ziehst. Wirst du gewöhnen was. Meins, meins, ich hab einen Lowerer. Oh, Kapkan hat ihn. Ram. Hä? Foul, faoul. Du, komm, der drückt mich. Kannst du doch weiter spielen, das wird. Du willst dafür bleiben, der Gegner. Bist du da? Du, Digga, was? Was los? Auf ein Tor, dann hab ich's. Ein Tor und siegen. Ich lass mal durchlaufen, aber vielleicht hab ich ja den Minimap. Sieg, wenn du willst, denn du bist groß. Was? Oh, ja, 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 ich mach den. Ey, Jungs, ich hab Heider im Team. Der ist richtig Heider. Was hat der, was hat der gemacht? Alter, I'm a good player. I'm a gold player. I'm a gold player is a Mk, glaub ich. Die Coca-Cola sind so verölt aus. Der hat auf keine Ahnung viel mehr, der hat die 12 so kontrolliert, der ist ja krass. Und Paillé ist draußen. Paillé ist draußen. Paillé ist draußen. Warte, Panda für Paillé reingemacht. Hab ich da auch Elite, Manni? Ey, Lukas, du brauchst du mix one Elite. Ich weiß. Die Animation ist viel zu cool. Was machst du da? Er steht einfach an der Strandbahn und mix ich einen Cocktail und der Kokoswurst. Boah, aber sowas hätt ich mir komplett erwartet bei dem Outfit, Digga. Was bisschen hier gegen E-Sport? Messy, 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 Digga. Was hat der für Tini? Messy, Messy, Messy. Messy, Messy hab ich 490. Hey, Pessy, ich hab's. Ich hab ein Silberstar. Und 81 plus mal 11. Jetzt können wir bitte einen Leber. Bitte, bitte gib mir einen Leber. Was bin ich dabei, wie blieb es weiß ich nicht. Ciao, jungs, ich brauch einen Lewandowski. Hallo. Hallo, Weyran. Oder Messy. Oder KDB. Scheiße, ist kaputt gegangen. Ich brauch nur einen 91er. Bitte. Oder Mbappé. Ja, nee, der wird nicht machen. Oder ein Benzema oder ein Coggi B. Bezüge bei der Pessy, Digga. Oh mein Gott, Ryker, Ryker, Ryker. Ach, warte mal. Ist der Silberstar. Antiste. Antiste. Ja, Antiste. Ja, Antiste weiter. Du merkst es aber, Tobi, oder? Antiste. Antiste. Da hat mir Probleme gehabt. Das ist wie er lacht, Tobi. Äh, du kass. Toree hat man gegner. Digga, das kann sein, was hat er für first own hat er, oder? Nein. Absolut nicht. Fassett und so, Digga. Machs Deutschkopf, guter Mann. Warte, man sieht jetzt endlich diese Zeck. Oh, die Tausch-Token ist von den anderen sind endlich weg. Danke Gott. Ich hab drei Leute, das angeht. Digga, wieder braucht der. Ich übergebe jetzt gleich meinen Controller, der zieht mir nämlich was Gutes jetzt. Ich bin im Anrengt, das geht nicht. Warte ist von dem Anrengt. Ja, ist auch mal Priorität. Oh. Digga, das ist sehr geil, der ist. Hm, er schießt, er wird schießen. Der ist nicht Gold, Manni. Hä, der läuft mal eine Karte zu schossen gerade. Oh mein Gott. Okay, Sättig will nicht, dann mach ich alleine auf. Der ist, der Goldplayer. Der war so im Killrauch, ich muss selber alles umgefallen. Nein. Die Aege seid die beste Viermacht. Die beste. Walk-outs. Begreicht. Oh, Loris. Das ist auch noch ein Duplikat, glaube ich. Oh ja, das ist wie viel kenn ich. Oh ja, das kennt er wirklich. Oh, was? Ich hab Power-Shot gedrückt und Rainbow hat gar nichts davon gemacht. Ey. Es war ein richtiges Scheiß-Match. Ey, Digga, Viera hat so viel Frost gemacht. Es wird nichts gepischt. Digga, die Frost kommen wie eklig, die Frost. Wo Penda hat aber 3 Scorer, weißt du? Und noch einen Hinform. Das war ja so scheiße. Digga, das war für real. Es stand 3, 3 der 30. Wegen zwei Scheiß-Tauern von mir, wegen einem Scheiß-Tauern von dir. Was ist das, Jungs? Digga, nein, ich kann!